Ich lese das Solinger Tageblatt von Montag, 18. November 2019. Das ist diese Zeitung. Und über dem Bild heißt es, Doppelspitze gestärkt, Grüne wollen jetzt an die Macht. Selbstbewusst, zuversichtlich, diszipliniert, bloß nicht abheben angesichts der Umfragewerte. Bei den Grünen ging es auf dem Parteitag in Bielefeld um Zukunftskonzepte, denn die Grünen wollen mitregieren. Den Führungsanspruch haben sie deutlich gemacht. Auch die Kehrfrage wollten Robert Habeck und Annalena Baerbock dennoch nicht beantworten. Trotz der Rekordergebnisse, mit denen beide im Amt bestätigt wurden. Foto DPA. Und ich zeige es nochmal in die Kamera. Und damit schließe ich das Ganze schon wieder. Tschüss. Vielen Dank.